so da sind wir wieder und wir haben jetzt einen bot und ja wir sparen jetzt auch komplett woanders jetzt rechts oben und wir haben zur auswahl biologisches gefahren oder was vorstand was geklickt wir können entweder vernichten einen schwarm einen hammerkopf töten oder biologisches gefangen oder medizin und medizin transport ist ja nicht genau dasselbe wir könnten natürlich kämpfen oder wir machen noch etwas einfaches machen wir noch was einfach wie viel mit dem schöger wurde ja wie du geschützt gefangen oder medizin haben beim lager gleich einmal sachen kaufen haben wir gerade jetzt ja brennstoff würde ich sagen brennstab ja brennstab aber nicht so viel weil wir haben keinen platz 10 würde ich sagen brauchst du elektrik ja nein eigentlich nicht momentan was bräuchtest du denn aus dem feuerlöscher der gewicht 5 ja feuerlöscher aber auch unbedingt ja sonst weiß nicht okay haben wir alles okay notfalls erinnern passt kann man starten satzung der analyser zu tun okay was stand eine port hammer ja mit haben wir denn überhaupt für ein bot keine ahnung aber jetzt sehen haben wir keinen okay ja egal dann halt ohne brot willst du wirklich noch probieren naja probieren wir es ja noch kurz noch selber neu start machen machen wir das sicher ja das muss ja scharf machbar sein ich verstehe versuche die irgendwie das noch mit dem sturm hinzubekommen hast du in deiner kiste schon geholt was kiste was wegen der bestellung wir haben ja noch nichts doch wir haben ja was bestellt jetzt ach so nein ich habe noch nichts geholfen die einzige kiste die ich habe und da war nur ein item okay oh man wüsstet das wieder ich schalte mal kurz die türen um ja bitte die nerven 1 2 3 4 Und die Nummer 5. Hier muss ja noch irgendwo eine Kiste sein. Keine Ahnung, wo die schon wieder ist. Wo würde die hingeben. Hm. Ah, da. Man, die sind übereinander gestapelt. Hier hast du die Kiste. Die sind alle übereinander gestapelt. Was ist das meine? Das ist die Lieferung. Die packe ich lieber da drüber. Die lege ich einfach darunter mal. Ganz rechts im Sauerstoffding. Da ist eine leere Kiste. Da würde ich sagen, gibst du immer die leeren Sachen rein. Dann haben wir es geordnet. Okay. Was machst du? Entschuldigung. Den brauch ich. Was hast du genommen? Nein, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Alles gut. Blatt, da habe ich genommen. Was? Na ja, das habe ich nicht bei mir drüben. So. Feuerlöscher. Wir brauchen vielleicht einen Feuerlöscherhalter. So, was gibt es? Vielleicht. Ich meine, wo gibt es sonst die Feuerlöscher hin? Stimmt. Hallo, Freakspace. Hallo. Boah, wenn man was aufnimmt, bis man das wieder loslässt. So, Batterien habe ich auf 100% Aufladerate. Achso, und damit kann ich dann... Oh. Die haben ja unten dann solche Dinge. Also bei der Batterie kannst du... Ah, und das ist der Dings. Bei dir oben ist für den Blaster. Was das? Weil da verbraucht keine Energie. Genau. Und unten sind die Batterien, die kannst du dann für Taschlampen und sowas dann aufladen. Mhm. Die Taschlampen habe ich hier, die nehme ich einmal, weil bei mir ist es meistens stockfinster. Wie immer. Oh. Oha. Ohahaha. Ist ein bisschen hell, was? Ein bisschen, ja. Geil. Haben wir noch eine Taschlampe, ansonsten müssen wir uns dann dringend eine kaufen, damit du auch eine hast. Mhm. Nein, den wollte ich nicht. Okay. Wie lange hält die Lampe? Ach, geht da eigentlich. Ich muss mich halt auch erst einmal zurechtfinden, wo was liegt und so, weißt? Mhm. Leistung zu hoch. Also passt wieder. Also ich brauche da dringend irgendetwas, wo ich dann... Haben wir einen Alarm oder sowas? Für? Na ja, damit ich den mit dem Kernreaktor verbinden kann, weil ich kann nicht ständig da sein und wenn dann die Leistung zu hoch ist oder so. Ja, ja, klar war ein Alarm, ja. Wir haben mehrere Alarme. Okay. Warte mal, jetzt verbinde ich einmal. Herunterfahren, wenn... Na, warte mal, Temperatur aus. Ich verstehe das nicht dahinter. Wie habe ich denn das bei den Türen gelöst? Status umschalten aus. Und was ist, wenn es hier ist? Das ist doch voll bescheuert. Okay, was machst denn du jetzt gerade? Ich versuche gerade irgendwie die Serien zu montieren, aber ich habe keine Ahnung wie. Wird irgendwie gehen. Nein, aber wie. Vollen, warten, Feuer löschen. Ach so. Anscheinend kann ich ein Werkzeug kaufen, das ist zwar zweihändig, aber dafür habe ich dann alles, was drinnen ist, kann ich verwenden. Oder auch nicht. Ne. Geht nicht. Okay. Ich dachte schon. Das wäre cool. So. Ich sage nur, du musst reden, gell? Also ich meine, du nimmst ja auf. Ja, Entschuldigung. Ja, ich bin hier irgendwie... ...gerade fixiert, dass ich diese Sirene hier irgendwie kriege, aber irgendwie montieren kann. Aber ich habe keine Ahnung. Aber ich habe keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Selbst wenn ich hier das Ding habe... Das ist auch repariert. Das lasse ich lieber weg, dann können wir nicht raus. Cool, jetzt wird das aufgeladen. Das ist ja geil. Aber ich kann es nicht platzieren. Verschiedene tragbare Geräte. Cool. So, und die Batteriezelle ist aufgeladen. Hihi. Okay, man wird schlauer. Das... Ach, Mann. Jetzt werde ich doch da... Leistung ist zu hoch. Wir haben eine Überspannung. Jetzt geht die Leistung runter. Okay, so langsam verstehe ich das mit dem Strom. Das Problem ist, jetzt ist es ja noch einfach mit dem Strom, weil jetzt haben wir keine Schwankungen. Somit kann ich ihn jetzt eigentlich auf dem gleichen Level lassen. Genau. Jetzt ist es perfekt. Ich habe ein Echo, bei mir leuchtet die Warnungslampe. Würde ich nur sagen. Warum? Keine Ahnung. Wie ist mit deinem Reaktor verboten? Also, weiß ich nicht. Hä? Und die leuchtet. Die leuchtet doch gar nicht. Oder? Oh ja, das ist das gelbe Licht. Und wieso? Hat auch nie geleuchtet, jetzt leuchtet sie. Wo ist mein komischer Sensor? Wo ist der jetzt? Hallo? Hast du was aufgehoben? Nein. Wo ist der jetzt hin? Ich habe nichts gemacht. Liegt irgendwas am Boden hier? Nein. Hä? Wo liegt der jetzt? Die Pumpe war ja in einem sehr schlechten Zustand hier. Bitte warten, wie ich repariere. Weg ist. Jetzt ist es komplett weg der Seite. Hä? Es muss irgendwo sein. Äh, wo? Du bist mit der Licht gekommen und es war weg. Aber ich kann es eh nicht montieren, weil ich habe keine Ahnung, wie man das montiert. Steht nicht ganz. Hier haben wir drei Schweißgeräte. Brecheisen, Schraubenschlüssel. Und hier kann ich sagen, ich habe keine Ahnung, wie man sowas montiert an der Wand. Hast du es denn jetzt? Nein, es ist weg. Okay. Ja, aber generell, ich habe die Glocke abgebaut, aber ich kann nicht mal mehr die Glocke montieren. Ich kann gar nichts montieren an der Wand. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Ja. Heißt, eine Kernschmelze, sollten wir das haben, werden wir es nicht erfahren, weil die Glocke weg ist. Ich weiß nicht, wie ich sie wieder dran war. Es wird schon irgendwie gehen. Ja, wie? Früher oder später werden wir das erfahren. Ich kann es wieder da reingeben. So, mit der mal dummhauen und es fahren. Was? Nix, nix. Input, Input, Wasser, Sensor, kleine Pumpe, Signal, aus. Verteiler. Kasten. Verteilerkasten. Relierte, Lampe. Okay. Welche Lampe? Nein, ich wollte vorher schon nicht. Gib den zurück. Stromausfall. Ich kümmere mich sofort darum. Ja. Wir sind noch nicht mal losgefahren. Ja. So, haben wir wieder Strom. Oh, okay, so geht das auch. Alles klar. Reparieren. Reparieren. Elektrik 40. Auf dem Weg, ich hoffe, es war's. Also, ich möchte wiederholfen. igue1. Wir sind seit dem. Wir sind gleich. Die Musik. Wir sind jetzt schon wieder. Wir sind schon sehr. Wir sind in der Umgood-August. Wir sind ja gerade. Wir sind eines OG-Wilden. Vielen Dank.